Heilige Scheiße. Ja, ziemlich beeindruckend, oder? Weißt du, als Kind hätte ich mir gewünscht, in so einem Haus wohnen zu dürfen. Da ist der Keller. Der ist voll dreckig. Ich finde, irgendwie hat er was. Was ist das? Eins. Zwei. Drei. Du musst also in den Keller gehen und nachsehen, ob eine Sicherung durchgebrannt ist. Ich hab Angst. Es sind zehn Stufen, bis du unten bist. Du hast sie gezählt? Eins. Gut. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ellie? Ellie! Sie ist auf keinen Fall weggelaufen. Irgendwas muss im Keller gewesen sein. Sie klang so anders. Steven! Mom, Hilfe! Steven, was machst du da drin? Es war mit mir im Keller. Eine Präsenz. Wissen Sie irgendetwas über die Geschichte des Hauses? Ihre Gleichung ist definitiv die Darstellung irgendeiner Dimension. Oder von Dimensionen. Woher haben Sie das? Mom! Steven! Steven! Das sind Symbole. Über jeder Tür. Alles hat eine Bedeutung. Jedes Bild, jedes Wort bewirkt etwas. Wir haben hier Teile eines Puzzles. Es ist nicht nur der Keller. Es ist das ganze Haus. Hör auf! Es ist hier. Ich bin ich Nower! Oh, na! Oh, na! Och! Vielen Dank.